Brot mit abgeboten. So. So muss ich sagen, wie es läuft. Das ist ja aufregend. Waste away. Das ist eine gute Diät. Ich habe hunderte von Pfund damit abgenommen. Wisst ihr, ich gehöre zu den Menschen, die überhaupt nicht abnehmen. Egal wie, ich weiß auch nicht. Ein zu langsamer Stoffwechsel vielleicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Das ist immer, ja. Immer anders sind die Dachs. Die Dachs sind überall. Oh mein Gott, das ist geil. Mega Essens. Das war so aus. Das war so aus. Wie war die Dachs? Machst du schon mit Klopapier weg oder so? Das ist heiß, ja. Ja, Junge, Junge. Wisst ihr, ich gehöre zu den Menschen, die überhaupt nicht abnehmen. Egal wie, ich weiß auch nicht. Zu langsamer Stoffwechsel.